In einer Welt voller Bauschutz und Müll kämpfte ein winziger Welpe ums Überleben. Von dem Moment seiner Geburt an kannte er nur die harten Realitäten einer Mülldeponie. Sein zerbrechliches Dasein drehte sich um einen kaputten Eimer, gefüllt mit den Überresten von Müll. Er wurde sein Unterschlupf, sein Trost und sein einziges Zuhause. Versteckt im Eimer verbrachte der kleine Welpe seine Tage und wagte sich nur hinaus, wenn die geschäftigen Geräusche der Bauarbeiter verstummt waren. Vorsichtig erkundete er die weite Mülllandschaft, immer darauf bedacht, unbemerkt zu bleiben. Sein Herz sehnte sich nach Wärme, Gesellschaft und liebevoller Berührung, doch die Welt schien seine Existenz zu übersehen. An einem bestimmten Tag erschien ein Hoffnungsschimmer in Form von Adel, einer mitfühlenden Freiwilligen, die die Deponie regelmäßig besuchte. Ihr Herz schmerzte für die verlassenen Seelen, die im Schutt gefangen waren, und sie machte es sich zur Aufgabe, ihnen zu helfen, ein Leben nach dem anderen. Adel stieß auf den Eimer, in dem der Welpe lebte, und eine Zuneigung entzündete sich in ihr. Entschlossen, das Schicksal des Welpen zu ändern, kehrte Adel jeden Tag zur Deponie zurück, brachte Essen, Wasser und sanfte Berührungen. Sie teilte die Geschichte des Welpen durch herzergreifende Beiträge und suchte nach einer besseren Zukunft für ihn. Doch dann zerstörte ein unerwarteter Wendepunkt Adels Hoffnungen. Als sie eines Tages zur Deponie zurückkehrte, bereit, den Welpen in ihre liebevollen Arme zu nehmen, war er nicht mehr da. Panik ergriff Adels Herz, als sie verzweifelt nach ihrem Schützling suchte und nach seinem Namen inmitten des Mülls rief. Der Welpe war verschwunden und hinterließ nur einen kaputten Eimer, der abgelegt und vergessen lag. Entschlossen, nicht aufzugeben, begann Adel eine verzweifelte Suche, um den Welpen zu finden, den sie lieb gewonnen hatte. Ihre Suche führte sie in eine abgelegene Ecke der Deponie, eine vergessene Gruft versteckt im Chaos. Dort entdeckte sie einen entsetzlichen Anblick. Jemand hatte den Welpen herzlos eingemauert und nur genug Platz gelassen, um zu atmen. Von Angst und Adrenalin angetrieben, sammelte Adel alle möglichen improvisierten Werkzeuge und begann damit, den gefangenen Welpen zu retten. In den Tiefen der Gruft umarmte Adel den zitternden Welpen, Tränen liefen über ihr Gesicht. Sein kleiner Körper war zerbrechlich, von der grausamen Hand des Schicksals gezeichnet, aber sein Geist weigerte sich zu unterliegen. Sie nannte ihn Archie, was für seine Widerstandsfähigkeit und das neue Leben stand, dass er beginnen sollte. Adel wusste, dass Archie dringend von den unbarmherzigen Straßen entfernt werden musste. Mit unerschütterlichem Willen beschloss sie, ihn unter ihre Fittiche zu nehmen und die Liebe, Pflege und Sicherheit zu geben, nach der er sich so sehr sehnte.